ja hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von haus flipper wie gestern angedroht kaufen wir heute wieder ein haus und was wir dann renovieren werden komplett 78.000 haben wir nicht die 72 das sieht ganz gut aus glaube ich 72.000 mit dabei ist der pascal im team viewer also das heißt er sieht alles und audio mäßig noch der smoky snake so und ja ist ein backstein haus mit recht unordentlich aus das heißt wir werden wieder viel aufräumen müssen an zeit der etagen zwei das heißt wir haben keller so wie es aussieht kaufen wir ja wechseln wir auch direkt hin oder sieht schon was das kann ich glaube ich muss deine wohnung gerade machen wechseln wir direkt hier rein können wir direkt alles verkaufen wir werden hier nix aufheben das ist die eine badewanne vom ein haus was wir mal hatten dass wir so eine nicht haben dieser so eine freistehende war dass man draußen die weinflaschen weg er wieder übertrieben hier übrigens der pizza bote der ist nicht berechtigt das lehrgut wieder abzuholen und die pizza vor der tür gestellt hast muss dann vor der ist mal weg ja dann schön dass du da was ich wünsche was ist dann tschüss die wahl das war sieht echt gut aus das kann man sogar so lassen ja was was man so das ist schön klein die ganzen einzelne flaschen verkaufen müssen ganz schnell ein team aus wo waren die kann auch weg da war die pizza die zu dem karton gehörte jede menge dosen jeder eine einzelne flasche soll anklicken also ob das irgendwann mal schneller geht wir haben übrigens verfügbare scale punkte mal gucken was noch machen wollte endlich schneller montage hier müssen wir nichts vergibsten von da ist es eigentlich egal und die schnellere montage haben wir hier dann haben wir hier noch kleinere verbrauchen farbe das auf jeden fall 30 prozent schneller wir machen das ja das stören aber nix auch noch nix ok dann können wir weiter machen ich glaube es ist wieder mal ein haus wo wir gar nicht so viel bauen müssen ich kann weg Warte mal, wieso denn nur eins? Das kriegen wir dann auch so schön in die Ecke. Echt lassen wir sogar die Küche drin. Wenn die Farbe mir nicht gefällt, aber... Soll ich die Heizungskirche machen? Das ist nicht irgendwo drauf drücken, wo dann doch Teile verkauft von der Küche. Fangen wir an mit Zauber machen. Dann schreibe ich mich selber. Ich schreibe die einfach mal mit dem Wichmob weg. Das ist von außen, okay. Wo wir das vergessen, werden wir mal außen lang gehen. Das wird von innen gemacht. Da haben wir auch schon mal. Jetzt hier noch sauber machen. Punktieren machen wir dann später. Ich weiß nicht, was wir hier sind. Ich weiß nicht, was wir hier sind. Okay, das ist auch schon ein Pferd. Das geht ja viel schneller weg hiermit. Das kann man auch so lassen, hier sieht eigentlich gar nicht so schlecht. Nach unten? Ja, da müssen wir schon nach unten gehen. Das war es schon. Oh, das war es schon mal. Ja, da müssen wir jetzt mal gehen. Um. Da geht es auch noch draußen, dann können wir hier oben, glaube ich, Anschlüsse, Anlage. Bis zum nächsten Mal. Die Klimaanlage ist angeschlossen. Wenn wir hier nochmal schauen, dass wir eine Heizung bekommen haben. Eine große Heizung. Ganz neu ist so. Musst du echt wenig machen, würde ich sagen. Hier müssen wir noch eine Klimaanlage haben. Musst du echt wenig machen? Musst du echt wenig machen? Musst du echt wenig machen? Musst du auch sicher? Hier unten muss es angeschlossen werden. Was eigentlich schon hier? Noch ein schönes Sofa hinstellen? Musst du echt wenig machen? Musst du auch noch ein Teppich drunter kriegen? Ja, ich würde sagen, da können wir versteigern. Wir schauen nochmal ganz schnell hier rein, was die alle haben wollen. Statistik. Käufer. Okay. Okay. Ein Platz für Bücher. Trotz des Lerns. So, können wir mal schauen, dass wir hier noch ein Regal hinstellen. Das war's. Mal noch eine Schaufe. Ich habe hier noch einen einfachen Schreibtisch. Ich habe hier noch eine Schaufe. Ich weiß nicht, ob es reicht. Mal schauen, Käufer. Mal schauen, ob ich noch eine Schaufe bekomme. 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 Ich kaufe es trotzdem. Die Familie möchte es trotzdem haben. 109. 110. 112. Dann werden wir nochmal nachverhandeln. Mal verhandeln. Sehr schön, dann sind wir bei 43.000 plus. Ich würde sagen, das Angebot nehmen wir an. Und damit verabschiede ich mich für die heutige Folge. In einer Folge ein komplettes Haus aufgeräumt und nachgebessert. Von daher vielen Dank, dass ihr dabei wart und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. 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 Vielen Dank.